ARD Text im Auftrag von Funk 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 So, du musizierst, du musst nachzählen. Und für dich, erst einmal. Ich habe nochmals gesehen, dass eine Kamera ist. Oh Gott, das ist ja die Sonne. Dann kommst du hier so hin, das kommt nicht von da, ich will auch mal aufnehmen für meinen Bürowürst. Und so. Das ist Hamburg. Das ist Hamburg. Also ich bin wieder in Zeit für mich, wenn mal nur Aufzüge samt vorne. Und E-Fahrer drauf. Nein, ich muss eigentlich besser nicht aufdrücken, sonst kann die Taten kaputt gehen. Besser nicht. Und die Kamera wird wieder wachsichtig. Und ich muss aufwachen, sonst bin ich ein Bildermensch oder so. Ich bin einfach kein Bildermensch, ey. Und ich muss sagen, wenn ihr immer, wenn ihr mit Kameras muss, muss ich immer aufwachen. Sonst denken, ich will das einbrechen oder so. Das mache ich so ein bisschen nicht. Die Kamera gibt, die heute, die mich beobachten können und denken, was ein Einbrecher. What? What? Ey, wie, äh, dieses, er war ein, er war ein, ein komisch. Eigentlich muss ich mit der Karte nicht in die Zahl gehen, das war keine Karte. Gut. Ja, ich bin vielen Dank für was zu schauen. Und bis zum nächsten Video. Ciao Leute, bleibt gesund. Ihr Helvetafrann. Durch die Sonderaufnehmen nicht vergessen. Das mache ich ja sowieso. Ciao,bleiben, bleibt gesund. Ihr Helvetafrann. Bis zum nächsten Mal.